Die Installation The Sky Over Nine Columns wurde vom Maler und Bildhauer Heinz Mack in den Jahren 2012 bis 2014 erschaffen. Mehr als 850.000 Mosaiksteine bilden die reflektierende Oberfläche der über 7 Meter hohen Stählen. Die 2 x 2 cm großen Mosaiksteine sind mit 24 Karat Blattgold belegt. Sie wurden in Italien produziert und in Dubai auf die Unterkonstruktion montiert. Die Installation mit einem Gesamtgewicht von 50 Tonnen wurde dann für die Premiere an der Biennale 2014 nach Venedig zurück verschifft. Danach reiste die Installation als Kunstprojekt der Ralf-Dommermuth-Stiftung Kunst und Kultur und Beck und Egeling Fine Arts an weitere Standorte in Istanbul, Valencia und St. Moritz. Nun ist die Installation am Aubachsee in Montabaur für alle öffentlich zu sehen.